Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno, zur Fulda-Gap-Kampagne. Wir sind weit dem Ende entgegengeschritten und ich habe es beim Ende des letzten Videos ja gesagt, wir gehen jetzt erstmal in einen Rundenwechsel. Und ich bin gespannt, was hier mit den desorganisierten Einheiten passiert, ob man die in irgendeiner Form angreift. Was machst du da? Warum können die sich bewegen? Haben die da noch Sprit für einen Zug oder was? Das finde ich nicht gut. Lasst meine Artillerie und meine Flugabwehr da hinten in Ruhe. Nicht, dass ich am Ende nochmal drauf reagieren muss hier. Das wäre natürlich so überhaupt nicht in der Planung. So, okay. Er greift hier bei Schlüchtern an mit den beiden mit einem, was ist das? Panzerbataillon, was tatsächlich noch einiges an Panzern aufzubieten hat. Die sind noch gut dabei und dazu gibt es ein ziemlich, naja, okay, Panzer. Wird auf jeden Fall spannend. Das heißt, wir können die Panzer mit reinziehen, dann können die hier aber nicht mehr kämpfen. Wir ziehen die Mechanisierung, naja, das wird auf jeden Fall spannend. Wir ziehen mal die mit rein. Und wir ziehen die Artillerie mit rein. Haben wir noch Hilfstrom, die wir mitnehmen können? Das HQ hier. Ne, die will ich jetzt gerne nicht verbrauchen, weil die haben dann noch Luft, zusammen mit denen eventuell Schlüchtern zurückzuerobern, wenn die sich jetzt hier entsprechend aufreiben. 27 zu 20. Wir haben jetzt hier zweimal Panzer. Das sind ausschließlich Panzer und das sind auch ausschließlich Panzer. Ähm, gegen einige Kollegen, die auch durchaus noch, also abgesehen von den Panzern, die er hat, ich will mal noch durchgucken. Also hier hat er auch nur Panzer. Und hier hat er Konkurs, Mörser, Scouts, Panzer. Und die kommen aber nur auf BTS. Okay. Dann Rinder. Und Ziel ist es jetzt natürlich, ihm so viel Verluste wie möglich zu machen. Zieht der jetzt hier noch Flugzeuge mit dazu? Was ist das? Sind das... Na gut, okay. Haben wir bei den Artilleristen. Yes. Scouts. Ähm, Scouts. Haben wir hier noch Scouts? Nö. Ich bin halt jetzt unsicher, ob ich, äh... Ob ich jetzt, ähm... Noch Flugabwehr brauche. Das ist jetzt so ein bisschen... blöd, mit P. Führen Sie uns, folgen Sie uns, oder gehen Sie aus dem Weg. Okay, so der Scout. Geht mal da hin. Und ich hätte ganz gerne... Einfach zur Sicherheit... Mal hier noch einen Scout, damit wir wissen, ob er hier was langführt. Ähm... So. Dann. Yes. Äh, Scout dahin. Den können wir schon mal auf Nichtschießen setzen. Genauso wie den. So, und der Offizier fährt einfach mal direkt durch. Dann haben wir tatsächlich schon alle Punkte. Wobei... Der Punkt wird tatsächlich tricky, den zu halten, oder den überhaupt zu bekommen. Ähm... Okay, wie viele Punkte haben wir denn? Äh, genügend. Yes, Sir. Äh, dahin. Und... Drei Abrams. Erstmal da hin. Jetzt brauchen wir hier in der Mitte noch irgendwie was Scout-mäßiges. Achso, den haben wir ja schon. Dann, äh... Geh du mal da hin. Und du gehst... Hier hin. So. Jetzt haben wir noch 14 Punkte. Die spannende Frage ist halt... Sind das hier Flugzeuge? Es war nicht so richtig ersichtlich. Das heißt, wir müssen hier mit... Stingern in irgendeiner Form reagieren. Die stellen wir erstmal hier auf. Haben wir hier noch Stinger? Wir haben gerade noch Sheprels. Äh, wir lassen die rechte Flanke jetzt tatsächlich gerade mal um... Unbespielt, so wie das aussieht. Ähm... Sheprel... We're waiting for air or ground target. Sheprel... Ähm... Wir können aber... Müssen wir hier echt in die Trickkiste greifen, was unsere Scout-Fähigkeiten angeht. Das ist tatsächlich nicht witzig. Ähm... Voller Geschwindigkeit. Wir stellen mal da einen Scout auf. Einfach um zu gucken, was da steht. So. Artillerie. Zusammen mit einem Offizier. Und einem Versorger. Die werden Team 0. Und jetzt müssen wir natürlich... Die Versorger hier entsprechend noch aufstellen. So. Hier haben wir auch noch mal 10. Die starten von der Brücke aus. Yes, Captain. Move. We're waiting. So. Dahin. Und die anderen vier. Where do you want it delivered? Dann auch noch mal hier hin. Okay. Ein Punkt lassen wir. Wir setzen unseren Speicherstand. Und schauen mal, inwieweit wir ihm jetzt Panzer hier rausschießen können. Es wäre natürlich schön, wenn man in irgendeiner Form noch Bradley's hätte. Oh, fuck. Das wird ja spaßig. Da kommen die Offiziere schon. Moment mal. Auf wen schießen hier? Oh, fuck it. Waiting for instructions. Oh, fuck it. Okay. Na, das wird ja spannend. Ähm. Mhm. Okay. Die Abrams fangen an zu schießen. Die Konkurs sind nach einem Schuss tot. Das ist okay. Okay. Und da kommen Panzer. Jetzt muss ich mal kurz hier erst mal die Artillerie auf den Punkt setzen. Alter. So, wir müssen uns hier erst mal um die kümmern. Da kommt ein Panzer. Oh, verdammt. So. Die gehen mal da lang. Artillerie schießt. Fahrt, fahrt, fahrt. Okay, da geht die Shepard raus. Alter Falter. Ja, okay. Da haben wir wieder eine Flugabwehr verloren. Oh, das Flankenmanöver hier ist super scheiße jetzt. Okay. Das sieht nicht... Das sieht nicht... Oh Gott, sieht das scheiße aus. So, die müssen mal zurück. Oh Mann, ey. Weg hier. Wie viele Panzer sind denn das noch? Das ist nur noch einer. So, jetzt kommen die hier und greifen ein. Und da geht der... Oh Gott, diese ganzen Supplies, die wir da jetzt verlieren. Komm, nimm ihn raus. Komm, nimm ihn raus. Sehr gut. Eieieieiei. Also, das war jetzt... Oh shit. Warum kann der nicht schießen? Weg hier. Oh nein, der umgeht uns da. Hier zwei Panzer. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. So. Die Scouts. Sehr gut. Wir fahren hier weiter. Ziel ist es natürlich, ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Wie immer. So, wir brauchen jetzt hier den Scout. We'll find them. And then we'll kill them. Gut, der hier geht raus. Das war zu erwarten. Der stand da im Grunde auch nur, um das erstmal... ...aufzuhalten. So, der kann jetzt den T62 da angreifen. So, was haben wir da noch? Eine Konkurs oder was? Ne, noch ein Offizier. Ach, der nimmt erstmal den Offizier da raus. Der nebelt nochmal. Hallo, Offizier. Eieiei, so links scheint gar nichts zu kommen. Hat der jetzt? Oh, ne, dann geh nach vorne. Unsere Artillerie hat gerade keine Ziele. Ey, wieso ist denn der jetzt noch weitergefahren? Ah, Flugabwehr, interessant. Da haben wir noch einen T80. Wir müssen da mal hier die Linie auch irgendwie supporten. Oh, was machst du da? So, er kann... Nice. Nice. So. Noch ein T80. So. Das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. So. Die gehen da hin. Die gehen ein Stück zurück. Hier war da bestimmt noch mehr, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. So. T62. Geht da raus. So. Okay. Wir ziehen die jetzt trotzdem erst mal vollständig da zurück. Auch wenn sie da durch die Arterlachie durch müssen. Wir haben ihnen auf jeden Fall erst mal jetzt gut wehgetan. Das war gut. Und versuchen das jetzt hier erst mal wieder einzufangen. Wir haben glaube ich einen Versorger verloren. Zum Glück waren die nicht gespottet. Das wäre der Super-GAU gewesen. Ich habe echt schon einen kurzen Überblick, ob ich neu lade. Aber man muss halt manchmal auch einfach so nehmen, wie es ist. So. Jetzt könnten wir aber... Ja. Hier haben wir einen verloren. Er nimmt uns den Punkt jetzt weg. Ja, den kann er von mir aus rausnehmen. So. Dann können wir aber dort den Offizier mit der Arterlachie beschießen. Mal gucken, ob die Arterlachie da was machen kann. Wir können auch... Wir können auch... ...ne zweite Batterie dazu holen. Oh nice! Die Arterlachie hat ihn rausgenommen. Das war natürlich gute Arbeit. So, damit gehört der Punkt auch wieder uns. Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet, dass die Arty den da rausnimmt. Aber gut. Nehme ich mit. Gefällt mir. So, da kommt der nächste Panzer. So. So. Es ist interessant, dass er links angeblich nur einen, äh, nur einen Panzer da jetzt ran geführt hat. Da kommt wieder was. Noch ein Offizier. Mal gucken, wo er den hinführt. So. Da kommt der Nächste. So, er geht hier zu den Versorgern. Okay, da war noch Infanterie. Warten wir weiter. Krass, wie spät die aufgeht. Aber gut, jetzt sind Scouts. Und die Kinder fangen auch wieder zu? Uh. Was? Wollt ihr mich verarschen? Okay, fahrt mal zurück. So, Team 9 wird das. Aber dank des... Ja, okay. Sehr gut. Wo schießt er denn jetzt hin? Auf die letzte Prostoption. So, wir holen die mal dazu hier. Nice. Und wir führen den mal hier lang. Neue Gegner. Dann nehmen wir den T-80 erst mal. Beziehungsweise den BTR. Und nutzen jetzt die Gelegenheit hier... ...die Panzer aufzufrischen. So, und hier gehen wir mal... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich alles rausgenommen haben, was hier an die Flanke uns fahren wollte. Neue Befehle. Neue Befehle. Dass er den Jeep da rausgenommen hat, ist natürlich ärgerlich, aber was soll's. So, die sind leer. Die sind leer. Da kommt der nächste Spaß angefahren. Was ist mit den beiden? Die haben noch was. Wo schießt du hin? Nein! Willst du mich verarschen? Woher weiß er, dass ich dort stehe? Was für ein absoluter Blödsinn ist das. Jetzt steht er da einfach nur sinnlos auf der Brücke rum. Na ja, gut. 79 Punkte. So, der nebelt. Geht zurück. Okay, und dann kommt wieder die... Okay, dann machen wir gleich direkt weiter. Da kommt noch mehr. BMPs bringt er jetzt zum Spielen mehr dazu. Zielstellung ist es halt auch, wieder ihm so viel, wie es geht, einfach zu vernichten. Ich will nicht, dass die Einheiten nochmal wieder kommen. Ich will, dass sie halt richtig hart bestraft werden. So, und was wir mal machen ist, noch mehr Versorgung auch anholen. Oh, ehrlich jetzt. Nee, kommt. Oder? Der fährt noch ran. Wir brauchen erstmal Sprit. Das ist das Hauptproblem jetzt hier. Ja, und der hat schon keinen mehr, ja? Das ist wirklich so eine Sache. Die, äh, verbrauchen ultra viel Sprit. Schöner Sideshot. Mörser, okay. Das kann natürlich jetzt ein Problem werden. T55. So, der T80. T80. Kommt schon, der T80, der muss raus. So. Warum kriegt der keinen Treibstoff? Verstehe ich nicht. 45 Punkte sind es noch. Haben die hier? Okay, weg. Aua. Blöde Infanterie. So. Ja, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen... Okay, die sind anscheinend alle leer. Gut. Sprit scheint teuer zu sein. Auch schon Ende der 80er. Aber hey, wir nehmen ihm kontinuierlich Einheiten raus. Der wird repariert. Fahr mal weiter. So, weiterfahren. Kann ich hier eventuell mit dem Scout was machen? Und er führt stumpf immer wieder über die gleiche Angriffslinie, die Einheiten da ran. So, die sind noch voll. Die auch. Der ist leer, gerade eben. Ja, diese 500er haben natürlich auch nicht so viele Einheiten oder Versorgungspunkte. So, mal gucken. Also ich hoffe, dass hier nichts mehr in dem Wald drin steht. Das wäre natürlich jetzt fatal. Na ja, Munition nicht. Wir brauchen Sprit, Kollege. Na ja, guck mal. Ach ja, stimmt. Die sind ja teilweise schwimmfähig, ne? Die BMPs. Wo schießt der mit der Artillerie hin? Ah, wir waren da. Also spottet. Na ja, dann fahren wir einfach mal weiter. Ich vermute, dass hier noch irgendwas steht. Wir fahren einfach mal stumpf über die Brücke hier drüber. Ach, hallo. Das gibt's doch nicht. Schon wieder einer ohne Sprit oder was? Oh, ne Metis ist natürlich ekelhaft, aber der geht raus. Okay, einmal zurück. Noch ne Metis. Kann der nebeln? Ich verstehe das nicht, warum der nicht nebeln kann. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Hat der keine... Der hat tatsächlich keine Nebelwerfer drauf. Aber ich hätte gedacht, der 113er hat Nebelwerfer drauf. So, das war ja auch mal der Wunsch, hier irgendwie Nahkampf zu zeigen. Dann, äh... Oh, die Brücke sieht auf jeden Fall schon, äh... Gut, nach nem guten Schlachtfeld aus. So, er, zurück. So, dann da hin. Da hin. 24 Punkte. Na, den Offizier. So, kommt der da vorbei? Der schiebt das Frack einfach beiseite. Wie geil. Oh, fuck. Nein! Oh, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Wir können den... Lass uns mal den... 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 Truck da klauen. Danke! Nice! So, 21 Punkte. Warte mal, ich kann den ja gleich reparieren, ich blödmann. Aber es ist auch witzig, wie sie dann trotzdem noch weiter Russisch sprechen. Das heißt, die Einheit werden wirklich eins zu eins übernommen. Das ist ein bisschen albern. So, 18 Punkte. Was passiert hier gerade? Jo, genau! Weiterfahren! Alter! Du mieses Stück! Okay, das überlebst du nicht, mein Freund. Egal, ob der jetzt drauf geht. Die drei Abrams wären gerecht. What the fuck? Ach, Mist, du solltest nicht schießen, du solltest ihn übernehmen. Ich habe nichts anderes planned für diese Nacht. Tank ready. Hier! Good job, Herr Herr. Die Toss weg! This is ready too. Enemy spotted. Nice! Noch eine Toss war das, glaube ich. Ja, okay! Ich glaube, die Toss haben nicht so eine hohe Reichweite. Aber da hat er natürlich jetzt nochmal ordentlich reingebatzt. 174 Verluste, fügen wir ihm zu. Ich glaube, wir haben insgesamt fünf Abrams oder so verloren. Ja, einen, ja, und die Chaprae am Anfang. Ist natürlich ärgerlich. Aber gut, es war insgesamt trotzdem in Ordnung. Dass das jetzt klar war, dass wir hier nicht ohne Verluste rausgehen, wie gesagt, konnte man erwarten, weil dafür waren es halt zu viele Panzer mit ADGMs und wir hatten halt nur Panzer reingeholt. So, die sind jetzt auf desorganisiert. Einer, einer haben wir, glaube ich, rausgeschossen. Und das ist jetzt das, nicht das Panzerbataillon. Ach, das war das mit den Toss. Alter, wie viel haben die denn davon? Okay, die können richtig wehtun, ne? Also, das ist klar. Das kann uns noch richtig zum Verhängnis werden. So, hier im Süden flankiert er wieder. Und wir sind dran. Das wird die letzte Runde. Und das Ziel ist es eigentlich, Schlüchter noch zurück zu erobern. Das wird knapp. Ich meine, wir gucken mal kurz hier. Die sind fast tot. Die Scouts sind noch voll. Wenn wir die hier, die sind desorganisiert. Das heißt, die haben auch keinen Einfluss mehr auf den Frontverlauf. Ja, müssen wir mal gucken. Das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Und das hier finde ich ehrlicherweise ziemlich kacke. Weil, äh, darauf müssen wir vermutlich noch reagieren. So, und hier, ja, sieht auch entspannt aus. Das Problem ist halt, dass die Hubschrauber hier so maximale Ermüdung haben. Sei es drum. Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt, Game1-Fan, Kulle, Kirtano, Karbein, Heimter, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Untertitelung des ZDF, 2020